Wir spielen jetzt noch einen Song, der heißt Liss Time, den gibt es in vier Wochen bei meiner Ausschiedsfolge mit Proberhof. Den habt ihr dafür geschrieben, den könnt ihr euch angucken, anhören, den gibt es dann auch zum Downloaden. Direkt am Osttragungstag. Wenn ihr alle diesen Song runterladet, das wäre so schön. Wirklich, das wäre ein ganz richtiger Ruf, wenn man so sagt, wenn man so verspricht. Wir spielen noch einen Song und ich möchte euch ganz herzlich danken. Thank you for all the fans from Italy, Portugal, France, und natürlich Deutschland. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Es ist echt der Wahnsinn, dass ihr mich unterstützt und immer dabei seid. Wirklich, das ist echt der Wahnsinn. Wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020